So Freunde, wir haben jetzt gerade ein Konzert vor Hause mit Lukas und wir sind hier auf den Dächern von Köln. Ja liebe Leute, hier ist euer Paul. Wir sind gerade auf dem Weg nach Köln. Da haben wir gleich ein Konzert und ich habe zwei Kumpels mitgenommen, den Timo und den Max. Und das werden wir euch gleich zeigen. Bis gleich. So, wir laden gerade aus. Hier sind angekommen, wir spielen in der Kirche. Und Lichter am Hintergrund sieht man schon. Max, wir haben gerade die Ansage bekommen, extrem langsam zu sprechen, weil hier so viel Hall ist. Max, hast du das Problem, mit langsam zu sprechen? Da habe ich auch gar nicht. Das gebracht doch nicht. So, und die wichtigste Frage, die ich mal als erstes stelle, ist, wo gibt es was zum Essen, wo gibt es was zum Trinken? Und da sind wir gerade auf der Suche mit dem Timo, dass wir hier schnell was zum Futtern bekommen und ich habe nämlich auch Durst. So Freunde, ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Ich muss erstmal wieder in Stimmung kommen hier. Das ist schon mal gut. Und ich habe hier gerade die Tür aufgemacht, weil ich wollte den Ausblick genießen. Und die ist, ich hoffe, die gucken sich nicht das Video später an. Ich war es nicht. Die ist ein bisschen, okay, die ist ein bisschen sehr schief. Ich mache es immer wieder zu. So, und das Schwierigste in der Kirche ist immer, wenn das Schlagzeug getestet wird, weil das klingt am Anfang, Papa, am Anfang, wie klingt das? Laut. Laut. Dumpf. Dumpf und laut, ja. Und Hallig. Genau, Hallig sowieso. Und Max versucht gerade das Schlagzeug genau anzutesten. Und unser Tontechniker, der Andreas, der macht sich dann am Mischpult zu Werke und fummelt dann rum, bis es perfekt ist quasi. Das seht ihr hier. Müssen wir darauf achten, mein Vater ist immer voll dabei, wenn er eine Koordinierung geht. Das ist echt lustig. Müssen wir darauf achten. Der Mund vor allem. Das ist ein schönes Brillen. So, Freunde, wir haben jetzt gerade die Konzertpause, oder Lukas? Und wir sind hier auf den Dächern von Köln. Und, ähm, wir gucken mal. Alles, was ihr hier sehen könnt, vor Gericht gegen verwendet werden. Nein, ich habe Angst, Alter. Boah, geht das tief runter. Boah, wie, Alter. Ach, hier ist er am Balkon. Ach, hier ist er am Balkon. Ach, hier ist er am Balkon. Fällt zu höchstens auf den Balkon. Aber das ist wirklich schön. Also hier kannst du die Sonne genießen. So, ich genieße jetzt hier noch so ein bisschen den Ausblick und dann geht es gleich auch weiter mit der zweiten Hälfte. Und, also es gibt schlimmere Aussichten. Ja, das war auch schon das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin hier gerade noch ein bisschen am Zusammenschneiden. Wenn ich sowas öfters machen soll, dann schreibt es in die Kommentare und vergesst das Abonnieren nicht. Und macht's gut und bis bald. Ciao.